Kennt ihr das? Ihr habt endlich mal kein Mathe und dann kommt der Englischlehrer mit Statistiken an und ihr fühlt euch komplett verarscht? Shit happens. Aber egal, nach diesem Video wird das nie wieder ein Problem für euch sein. Grundsätzlich kann eine Analyse von einer Statistik immer unterschiedlich aussehen. Es kommt halt drauf an, was die Aufgabe ist. Manchmal muss man mehrere Diagramme vergleichen, manchmal muss man auch voll tief in die Interpretation reingehen, manchmal reicht die Beschreibung aber auch vollkommen aus. Heute soll es hauptsächlich um genau dieses Outline gehen, das ihr dann an jeden Aufgabentyp anpassen könnt. Aber bevor wir irgendwas schreiben, müssen wir die ganzen Statistiken erstmal raffen. Es gibt mega viele Arten von Diagrammen, aber die am häufigsten verwendeten sind das Pie-Chart oder Kuchendiagramm, das Bar-Chart, auch Balkendiagramm, der Line-Graph oder eine Tabelle, auf Englisch Table. Wahrscheinlich wisst ihr schon, wie die Diagramme funktionieren. Das kennt man ja schon gefühlt aus jedem anderen Fach. Was wichtig ist, ist, dass ihr den Inhalt versteht, also die Zusammenhänge und Unterschiede. Schauen wir uns mal zum Beispiel dieses Balkendiagramm an. Der Titel verrät uns, dass es um die Notendurchschnitte der Zehntklässler geht. Links sehen wir, dass die Höhe der Balken für die Anzahl an Schülern steht. Oben sehen wir, für welche Notenschnitte welcher Balken steht und wo welche Klasse ist. Bei der 10a ist der blaue Balken groß und die anderen klein. Also gibt's viele Dreierschüler und wenige Einser und Zweier. Wir merken also, die 10b ist ganz okay. Bei der 10c ist alles dabei. Und die 10d hat sich wohl eine Überdose Simple Club gegönnt. Der Sinn liegt erstmal nicht dabei, direkt detaillierte Zahlen auseinanderzunehmen, sondern echt nur einen Überblick zu schaffen. Wenn ihr verstanden habt, worum es in der Statistik geht, könnt ihr mit dem Schreiben loslegen. Wie immer machen wir das mit Einleitung, Hauptteil und Schluss, so wie es sich gehört. In der Einleitung beschreibt ihr, was ihr über das Diagramm wisst und wovon es handelt. Zum Diagramm von vorhin könnte die Einleitung zum Beispiel so lauten. The given bar chart deals with the grade averages of various classes from grade 10. It is taken from the 2019 yearbook of the Mögle-Gymnasium. Immer schön kurz halten, dann passt's. Als nächstes kommt der Hauptteil. Der beginnt in der Regel immer mit einer ausführlichen Beschreibung vom Diagramm. Ihr beschreibt also das, was ihr seht, ohne irgendwas rein zu interpretieren. Manchmal sind es extrem viele Werte und Infos. In dem Fall solltet ihr immer die größten und kleinsten Anteile, beziehungsweise die Hoch- und Tiefpunkte im Blick behalten. Hier helfen Phrasen wie Bei Statistiken, wo es eine Zeitachse gibt, ist es immer wichtig, die Entwicklung zu beobachten. Nützliche Phrasen wären hier sowas wie Außerdem könnt ihr einzelne Daten miteinander vergleichen. Da hilft sowas wie Was dann nach der Beschreibung kommt, ist immer unterschiedlich. Da müsst ihr ganz genau auf die Aufgabenstellung achten. Meistens muss man die Statistik dann interpretieren. Da packt man dann im besten Fall sein Hintergrundwissen aus. Das Wichtigste ist hier, alle Zusammenhänge zwischen den Daten und irgendwelchen Ereignissen zu kennen. Falls ihr zum Beispiel wisst, dass die 10a komplette Kacklehrer hat, dann habt ihr schon einen wichtigen Zusammenhang erkannt, wieso die so schlechte Noten haben. Das müsstet ihr also hier reinpacken und nicht in die Beschreibung. Manchmal müsst ihr aber auch mehrere Diagramme vergleichen. Da helfen euch die Phrasen von vorhin weiter. Und im besten Fall reicht sogar nur die Beschreibung. Dann geht's direkt zum Schluss, mit dem ihr immer abschließt. Im Schluss zieht ihr nochmal ein Fazit. Heißt, ihr fasst den Inhalt ganz kurz zusammen und präsentiert die neuen Erkenntnisse. Der Schluss für unser Balkendiagramm könnte so anfangen. To sum it up, we can conclude that the grade average is among 10th graders very strongly. Whereas some classes perform horribly. Bla bla bla. Der Schluss kann zwar ein bisschen länger als die Einleitung sein, es gilt aber trotzdem, weniger ist mehr. Nochmal in Kurzform. Zuerst ist es wichtig, die Statistik zu verstehen. Deswegen schafft ihr euch erstmal einen Überblick über alle Daten. Dann schreibt ihr eine Einleitung mit allen wichtigen Infos über und im Diagramm. Im Hauptteil beginnt ihr mit einer Beschreibung der Daten mit möglichst vielen angebrachten Phrasen und Wörtern. Danach kommt eine Interpretation oder das, was sonst in der Aufgabe verlangt ist. Im Schluss zieht ihr ein Fazit und fasst eure Erkenntnisse nochmal kurz zusammen. Lernst du gern mit Karteikarten? Dann geht's jetzt noch viel einfacher. In der Simple Club App kannst du dir deine eigenen Karteikarten erstellen. Egal ob du zu Hause oder im Bus bist. Du hast alles direkt in deiner Hosentasche und kannst üben, wann immer du willst. Ganz ohne Schulbuch. Also, klicke jetzt auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.